Und sie hat auch was machen lassen, was, das werden wir gleich sehen, jetzt ein Coilherzen zu machen. Gleich, Nicole hat sich wieder ihr Schönheitsideal im Unterfelser gelegt. Weil ich große Brüssel geil finde. Schön finde, sieht toll aus, kleine Brüssel finde ich hässlich, ich perfektioniere mich damit. Was Paris Hilton kann, das können Sie schon lange. Sie lieben Geld, damit verboten natürlich Luxus und Partys. Wir würden Sie gerne mal kennenlernen, rufen Sie uns an und an 0127 40 41 42. Thema demnächst. Partygirl, ich bin die deutsche Paris Hilton. Sie haben jetzt hier einmal die Gelegenheit, um etwas zu gewinnen, das ist relativ einfach, ich wünsche mir das für mich dabei. Jetzt kommt Ihre Chance.